Der Kunde bekommt von uns nicht nur die Hubgetriebetechnik, sondern auch die Verbindungstechnik und auch die Kegelradgetriebetechnik. Grundsätzlich ist natürlich jeder Kunde auf der Suche nach einer Lösung. Wir analysieren, was möchte der Kunde, wie möchte er es, welche Möglichkeiten bieten sich. Er bekommt schlussendlich von uns eine saubere Lösung, die kostenoptimiert ist und speziell natürlich für seine Anwälte Rennung geeignet. Wir sprechen von dem ZIM Systembaukasten. Man kann sich das so vorstellen, wenn der Kunde jetzt eine Plattform hat, die er quasi in der Höhe verstellen möchte, dann bekommt er die richtige Hubgetriebe in Kombination als ganzes System mit der Verbindungs- und Kegelradgetriebetechnik, abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen. Die Schmierung ist ein großes Thema. Diese gilt sich auf jeden Fall zu betrachten und zu bewerten im Vorfeld. Hier wird unterschieden zwischen dem Einsatz von Trapezgewinde und Kugelgewindetrieb. Je nachdem, was die Anforderungen quasi mit sich bringen. Möchte ich hohe Geschwindigkeiten fahren, eignet sich den Einsatz von Kugelgewindetrieb und stellt zum Beispiel die Selbstständung einen großen Faktor in der Anwendung dar, dann ist das Trapezgewinde die richtige Lösung. Standard Hub gibt es in dem Sinn bei uns keiner. Wir fertigen das System immer kundenspezifisch. Das heißt, wenn der Kunde den Wunsch hat, Hub 855 mm, dann wird das entsprechend diesen Anforderungen gefertigt. Die Lieferzeit variiert natürlich je nach den Anforderungen. Grundsätzlich ist die Eigenfertigung bei uns im Haus sehr, sehr hoch. Wir sprechen hier von 90 Prozent und mehr. Wir haben die ganzen Fertigungsmaschinen bei uns im Haus, das heißt ganz normale Dreh- und Fräszentren. Wir haben auch Wirbelmaschinen, um die Spindel selber zu fertigen und produzieren nachhaltig unser Lager hier in Lustenau. Bei uns muss man schon einen Vordergrund stellen, die langjährige Erfahrung. Uns gibt es seit knapp 50 Jahren und dieses Know-how und dieser Entwicklungsprozess spiegelt sich auch in unseren Komponenten wieder. Das heißt, wenn man sich für ZIM entscheidet, dann entscheidet man sich auch für Qualität und für Nachhaltigkeit. Und das ist uns auch sehr wichtig, dass der Kunde das auch von uns wiederbekommt. Ich bin der Kunde Tibe, wir Olen. Vielen Dank.